Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, oder wann ihr mal schaut, ich bin mal von Marshall, ich grüße euch zum siebten Spieltag im UDT. Wir mussten ran gegen Bufti, der Kämpfer aus der PBL, da haben wir mit ihm am letzten Spieltag der Gruppenphase um die Playoffs gekämpft und haben das tatsächlich hinbekommen, dank Skill. Wir wissen ja, wenn Hex zur Gewohnheit werden, ist es Skill. Und Kyom hatte sehr viel Skill, der war bester Killer in der Liga. Jo, wir machen uns mein Team durch, weil ich kein Team bedingend machen konnte wegen Zeitproblemen und so. Wir haben einen Gegengewalt und er ist komplett physisch-offensiv ausgelegt mit Full Speed und Full Attack, nämlich mit B-Ball Speed-Tile. Und dann spielt er mit Laubklinge, Steinhagel, Tachenklau und Schwerthans. Mein komplett physisch-effensives Pampros mit der Yapapaberry, Erdbeben, Steinhagel, Nahkampf und den Tarnstein. Wir haben Aduras Saimok mit der Gaubebeere, Abschlag, Mülltreffer, Toxin und Aufbereitung. Ja, normales Set halt, ne? Äh, Landon ist Team mit dem Walschall, Erdbeben, Steinkant, Hammerarm und Kehrtwende. Mikroosma mit Schwerthans, Photon Geysir, Erdbeben und Kreuzschere. Kreuzschere deswegen, weil wir den Insektium-Z, heißt der glaube ich, spielen. Mit einem in der Z-Extra, auf plus zwei können wir tatsächlich Natara one-shotten. Ein Fist of Natara. Und da haben wir noch Skarmory mit dem, äh, mit Borschnabel, Konter, äh, Ruheort und Auflockern. Konter deswegen, weil die Fist of Devils hier von Buf, die absolut, äh, absolut mies zum Gegenspielen ist. Und Prebner ging echt scheiße, war. Er hat dabei Fini, Donarion, Flampivian, Krabbit, Trikevalo und Natara. Jo, dann würde ich sagen, danke immer wieder fürs Capture, mein Guder und wir gehen rein. So, ja, wir liegen hier mit Adora Salmog. Okay, ähm, ich habe ja jetzt einen, ich habe am Anfang jetzt einen Fini, äh, Fini erwartet, weil ich nochmals ja mit Lenro gerne liege. Ähm, ja, er geht direkt raus, ich habe einen Abschlag, hau damit Natara seine Überreste weg und er geht in der Turn drauf, auf einen Wunschtraum. Ich habe einen Mülltreffer. Aber nur mal ein bisschen zu schauen, ob er es nicht so an Damage machen kann und ich krittere tatsächlich direkt. So, er geht auf den Maratzer, der macht dann Resistance und das Salmog hier auch nicht, äh, weil sie gar kein physisch offene Event hat, einfach nicht viel. So, ähm, Natara, mich jetzt nicht wieder hoch mit dem Wunschtraum, der, ich mag Natara nicht, ich mag den nicht. Ich habe ihn jetzt schon viel so oft gelostet im Draftkrieg, das ist nicht schön. Ich habe ihn jetzt schon verschlupft mal wieder. So, ich will auf den Abschlag, weil ich jetzt nicht Rutscher projekte habe. Also, ich bin schon in der Zeit projekte, aber, ja. Jetzt draußen ist ein, äh, Krabbit. Ich habe mir gedacht, okay, der bleibt noch in der Zeit drin, gehst du aber auf den Mülltreffer. Ja, gehe ich halt auf den Mülltreffer. Und kann damit Krabbit, äh, auch gut hitten. Ja. Ich muss jetzt aber wieder raus, weil so ein Erdbeben tut weh. Vor allem, wenn der Choice Bandit oder so ist, dann bin ich ja instant weg. Dann ist es zum Beispiel auch, ja, bei einer Rückkehr oder so. Also, zwinge ich, äh, meinen Stalarm. Stalarm. Und kriege durch U-Turn, dass ich so viel Damage, dass ich mich mit meinen Leftovers nicht auf... ...100, 72 KP holen kann. Was die Range wäre, in der, ähm... ...in der Panzeron hier, dass ich dann direkt einen Konter klicken könnte gegen Flampivian. Kann ich aber da nicht, deswegen gehe ich in meinem Pferd. Pferdbeben ist mir wieder am Bienen. So. Ja, Pferdbeben, der ist full Fist, der... ...aber das macht trotzdem viel zu viel. Das ist halt die Sache. Ich habe halt keinen wirklich guten Switch in seinen Flampivian. Ich glaube jetzt war auch nicht auf Flampivian, das war immer ein bisschen schlimmer. Weil der eben den Stepflammenblitz hat. Ja, Steinhagel. Okay, ich hätte nämlich auch noch auf die Tarnsteine gehen können, aber mir war das ein bisschen zu risky, falls er weiter drin bleibt. Und den Flammenblitz klickt. Ja. Jetzt ist mein Pferd zu low, um immer in den Flammenblitz reinzukommen. Das ist nicht cool. Ja, er geht auf die Kraftreserve. Ich schlippe jetzt auch mal auf die Kraftreserve Eis. Ja, ähm... Ja, in der Fall geht es auf den B-Switch. Ich gehe hier auf den Abschlag. Weil, ähm... Ja, ich wollte ja gucken, was das Ding für ein Item hat. Ob das irgendwie gechoist ist oder so. Aber wie wir schon sehen, der ist nicht gechoist. Also vielleicht E-Belt, vielleicht Swordface, was auch immer. So. Schulz kommt rein. Ich gehe auf den Abschlag. Und wir sehen gleich das Wahlband. Ja. Autsch. Wobei, Autsch-Faktor ist jetzt schon ein bisschen weg, weil der Sklaben schon mal nicht so... äh... mit dem Feuerschlag nicht mehr to-shotten kann. Was ziemlich praktisch ist. So, ähm... Schulz kommt zurück. Und er geht in Barrick. In sein... Donadion. Hat helft, wie wir ihn ins Aterewitschneiden können. Das ist ein coolerer Name. Ähm, jo. Stallone, der bleibt da nicht gern drin. Weil wir kein... Weil es ja kein Spiel... Äh, wenn ich jetzt nur mal... Spielcape hat. Spielcape, aber fand es irgendwie echt göttlich. Äh, ähm... Jo. Ähm... Ich bin wieder mit Salmon drin. Er geht auf den B-Switch. Und kann direkt wieder seinen Taumon reinholen. Diese physische Offensive ist so eklig. So, ähm... Ich gehe raus. Kein Pferdbeben. Hoffe, dass er vielleicht irgendwie auf den Erdbeben oder so geht. Aber nein, der geht wieder auf den Flammblitz. Und damit ist das Pferdbeben down. So. Ich gehe in Lando, versuche ihn herauszuscaren. Und gehe aber auf eine Steinkante. Weil ich damit eben auch Donalen hippen würde, wenn er jetzt den Erdbeben prediktet. Er geht in seinen Chime. Leberzeuger. Das Kackfeld ist wieder da, wo ich weiterhin nicht toxinisieren kann mit meinem Slammok. Und Steinkante. Und durch den Crit macht das sogar einen guten Schaden. Würde ich sagen. So. Äh, Line Series. Ich gehe wieder raus. In meine Ex-Stacy. Die aus Ungewohnmännlich ist. Mal in dem Kampf. Ja. Ich erbringe mich nur noch 50%. Heißt, ich würde hier gerne wieder meine Aufbeidung klicken. Weil sie natürlich aussetzen kann, um wieder in seinen Schulz zu gehen. Na komm, der Schulz-Zug. Aufbereitung. Ich hole meine Glaubebeere wieder. Und kann direkt wieder futtern, dass ich hier über knapp 95% muss sein, wo ich jetzt bin. So. Stahlarm kommt rein. Und er geht auf die Klettwände. So. Jetzt sind wir in der Range, wo wir mit Überresten so viel recoveren können. Dass wir ihn mit, äh, dass wir ihn mit, äh, dass wir ihn jetzt tierisch mit, äh, den Flammblitz ankontern können. So. Ich gehe auf voll. Und er geht ja auf den Flammenblitz. So. Flammblitz. Ich bin auf 1 KP. Sehr effektiv. Pro Buszeit. Und, ja. Ich auf den Konter. Und damit ist Vampivian weg. Damit schon mal die erste Hälfte von diesem physischen A-Score. Ne, äh, kein Scheiß-Boofti, aber ich hasse eine Offensive, ne. Ich hasse sie so sehr. So. Fini kann mit rein. Äh, Bill. Ich habe mir gedacht, okay, der will mich jetzt finishen. Aber er geht direkt wieder raus. Weil er hier jetzt natürlich mit Slime rechnet. Wäre ich hier auf den Russel gegangen. Wäre ich einfach auf den Russel gegangen. Hätte ich einfach... Ne, okay, der erfährt nicht damals mit der S-Lolle. Äh, ne, ich gehe ganz stur in meinen Slime-Hawk. Der hat nämlich richtig Bock, der Junge. Und, ja, ich gehe wieder raus. Diesmal in Necrozma. Weil das hier mein bester Switch schon mittlerweile auf der physischen Seite war. Vor allem, weil wir jetzt den Eishieb sehen. Der will lane unfassbar viel drücken. Ja. Ich glaube, ein Schwertanz war für jetzt nicht die beste Entscheidung. Ich habe mich ja schon zu boost. Ich habe gedacht, ich bin langsamer. Und dann gehe ich jetzt nach Tara. Deswegen die Sache. Ich weiß ja, warum ich dachte, dass ich mit meinem Full-In-Invest langsamer wäre als Kribbit. Ich weiß es nicht. So, ähm, er geht jetzt mit dem Fall auf dem U-Turn. Kann mich damit rausnehmen. Und damit ist unsere beste Antwort quasi gegen Natara weg. Gehen nach Tara. Und jetzt wäre quasi die beste, äh, die beste Möglichkeit gewesen, jetzt Skyrim hochzuhalten. Denke ich mir jetzt. Da dachte ich mir, okay, ich gehe in Stamok. Lull. Ja. Jetzt sind wir mit Stamok drin. Und können wieder quasi kein Damage drücken. Aber ich kann ja auf eine Aufbereitung gehen. Ziemlich safe. Und, ja, er geht in seinen Kribbit raus. Schulz. Ja. Also, ich tue was so aus wie der Martin. Ja. Äh, ich gehe auf den Toxin. Wir sind in der Turn gehofft, dass ich vielleicht dieses Natara gepäusen bekomme. Aber nein, kriege ich nicht. Das ist ja mir nichts vergönnt, ne? Sagt ihr, er wäre auf dem ersten Platz mit dem Strands Null. Ähm, ja. Jetzt ist das Gerät vergiftet. Aber trotzdem wieder voll dank Mundstrom. Ich in meinen Lando hoffe hier, dass er vielleicht auf den Q oder auf den YouTube oder so geht. Einfach Hauptsache nicht auf Eishieb. Und da kommt der Eishieb. Und er geht auch nicht in die Fresse von Lando. Mah. Also, das ist ein bisschen zu. Geil. Und ich habe ihn ruchzuckig vergessen aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe ihn auf jeden Fall vergessen in dem Moment. Und... Don't know why. So. Ich gehe jetzt hier in Blattdeutsch. Der hat seinen ersten Aufwand dieses Mal in dem Kampf. Hey, Blattdeutsch, was geht? So. Und dann geht hier sein Beric, sein Donarion. Und ich gehe auf die Mega mit Gewaldro. Muss ich da first turnen. Und es habe jetzt auch nichts, was mich großartig noch mal abgehalten hätte, hier auf die Mega zu gehen. So, war es mal so. Ich habe eine Laufklinge. Hätte Gravit gekillt. Donarion leider nicht. Und um 100% hier safe zu gehen, dass er nicht irgendwie noch für self-investment spielt. Die Dragon Club würde eigentlich reichen, aber... Ich will hier safe gehen und gehe deswegen auf den Steinhagel und kann damit Donarion rausnehmen. Damit ist Samok jetzt noch besser. Weil Donarion halt auch so viel damage drückt. Vor allem also drei spezielle Attacker. Das sind Fini... Ne, zwei spezielle Attacker. Ein Mon, was von Samok eh konntet wird mit Naptara. Und sein Gravit. Heißt, Gravit muss er weg und dann ist Samok unfassbar gut in dem Matchup. Geht in Fini rein. Hab mir gedacht, okay, wenn er so reingeht. So aggressiv. Statt irgendwie in den Trickepal oder so zu gehen. Wird der entweder eine Grindelbeere oder irgendwie... Ein Walschall oder so haben. Heißt, hier raus. Beim Walschall hat er schon mal auf Fini gespielt, soweit ich weiß. Hier also ein Slime-Ock und da kommt natürlich der Eis-Strahl. Heißt, ähm, ja. Hätte sein können. So. Gehe in Slime, äh, in Gravit. Auf, äh, in Gravit gehe ich jetzt den Staller an. Will ihn hier jetzt abwerfen, weil er nicht mehr Affi bringt. Also zwar vor allem nicht, aber ich kann ja immer einen Reswitch gewinnen. Dann wollen wir so. So, ähm. Und hier jetzt auf den Eishieb. Dann haben wir jetzt Scarry down. Durch Toxin von Slime auf rechter Fass. Ich gehe jetzt in Blattdeutsch. Sollte recht klar sein. Ich kann ihn hier jetzt einfach finishen. Und er solltet ihn auch nicht großartig rausholen wollen. Heißt, hier einfach auf die Laub... Äh, ah ne, hier auf die Drachenklaue, falls der Trifalo geht. So war's. Ähm. Na, und damit ist es ein Rülps in der Hase weg. Oh, jetzt ist Slime unfassbar gut. So. Er geht in seinen Trifalo. Ich denke mir, okay. Der wird jetzt Slime auf rechten und geht auf die Erdkräfte. Äh, geht auch auf die Erdkräfte. Ja. Und wir ihn in den Drachenklaue. Macht richtig guten Schaden. Ich denke mir halt, okay, ich muss jetzt nicht großartig was wüssten. Ich habe Slime, und Slime gewinnt gegen alle drei. An dem her, ja... Großartig Whisky spielen ist nicht. Äh, ich habe die Laufklinge. Weil ich wusste, dass die Trifalo killt und auf die anderen den besten Schaden drückt. Sich auf den Schwertanz. Weil ich dachte, okay, der wird auf den Wish gehen. Weil, er kann ja nicht wissen, dass ich hier einen Schwertanz spiele. Jetzt ist die Frage. Geht er zum Protekt? Oder greift er an mit dem Schmarotzer? Er geht... Ich habe einen Viertel, den wollte ich also... Hat er also auf den zweiten SD geplayt. Aber ich habe hier auf seinen Schotzer geplayt. Habe damit die Flüchtlinge gewonnen. Und kann seine Nachthara rausnehmen. Er geht jetzt in den Trifalo. Und da ich ihn hier nicht mehr brauche, bleibe ich hier auch drin. Er geht auf den Draco. Ich hätte hier auch in den Slime-Mock rausgehen können. Er ist getamed, glaube ich, in den zweiten nach Minus 2 auch. Aber ich wollte nicht riskieren, dass hier das gleiche passiert, wie bei unserem Play-Off-Quali-Match quasi, wo ein Draco gegrittet hat und man dann gewonnen hat. Das wollte ich hier nicht zulassen. Deswegen lasse ich meinen Gewalt hier einfach draufgehen. Gehe in meinen Slime-Mock. Ja, und der steht jetzt gegen Fini da. Und Fini macht nicht groß was gegen Slime-Mock. Ich gehe auf den Abschlag. Wir sehen hier schon, das ist eigentlich auch die Greno-Beere. Ich gehe auf die Hitopumpe. Ich gehe auf die Aufbereitung. Weil ich gucken wollte, okay, was macht der jetzt so. Und ich darf wieder hochheilen. Und jetzt war die Sache. Ich wollte möglichst voll sein für das Duel gegen Tiki-Valo. Dafür müsste ich ein bisschen lower kommen. Hitopumpe macht halt nicht die Hälfte. Ich gehe auf die Aufbereitung. Einfach nur um zu gucken, okay, wenn er jetzt danach auf die Hitopumpe geht, werde ich nochmal deutlich voller, als ich es jetzt bin. Aber er missteigt jetzt hier in der Runde da drauf. Er geht auf die Aufbereitung, wo mein Mülltepper misst. Er geht jetzt auf ein paar Höner. Wenn ich hier nochmal auf Aufbereitung gehen wollte, um hier quasi nochmal ein bisschen den Dinger zu triggern. Den Bey zu triggern. Ich kann ja auch hier auf Topsin gehen. Er zieht auf den Eisstrahl. Und wir sehen, es sind 100 KP. Heißt, ich kriege meine Beere. Und bin damit auf 206 KP. Also fast optimal Roll. Ich gehe auf den Mülltreffer, der hittet. Und kann damit seinen Feeny rausnehmen. Und jetzt haben wir hier noch Feeny, äh, haben wir hier noch Alura-Salmok gegen Tekifalo. Hat der irgendwie noch einen Erdbeben? Hat der noch irgendwas, um Slalomok zu killen? Hat die Artkräfte, die haben wir vorhin schon gesehen. Mann, okay, ein Schaden. Aber dann kommt der Abschlag. Und wir gewinnen den siebten Spieltag. Und damit holen wir unseren sechsten Win. Und sind damit, glaub ich, so ziemlich komplett safe in den Playoffs. Nur haben wir unseren ersten Platz noch nicht ganz safe. Das müssen wir in den nächsten Spielen noch ein bisschen regeln. Jo. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das war wieder, vor allem Richtung Endern, recht gut gespielt von mir. Der Anfang war aber, wie beim letzten Spieltag, nicht so gut. Vor allem, dass wir Pampos so früh verloren haben, war halt dann nicht so cool. Ja. Aber, wir müssen jetzt den nächsten Mal gegen Blocky, den ich auch noch nie gespielt hab. Ich glaub, Bufti ist ja der einzige, den ich hier mit gespielt hab. Und Yamari, glaub ich, auch. Das war mal mit der PFDL oder so. Und ja. Ach, noch gegen Shining Star und dann sind wir schon in den Playoffs. Und ich muss gucken, wie das dann läuft, weil ich bin dann, ich weiß nicht, ob ich dann im Urlaub bin oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sehen uns spätestens nächste Woche. Ich glaub, irgendwie sind wir so ein bisschen Soundbugs in der Aufnahme, okay. Auf jeden Fall, wir sehen uns nächste Woche beim Teambuilding, hoffentlich. Oder auch direkt beim Kampf. Und wir sagen, ciao.